So, wie wir sehen, wir waren sehr produktiv im Moor, die Tür ist offen, uns fehlt rein theoretisch nur einer. Vollständigkeitshalber, weiß ich, oder ist mir eingefallen, wir könnten versuchen, dieses Horn hochzuheben. Wenn sie einen kleinen Mann da oben an der Tür zum Obst heim gehen, schauen, ob das funktioniert. Ein guter Ding. Nein. Okay. Na dann. Gehen wir zurück und durch die Tür. Vielleicht bekommen wir auch das alte in dem nächsten Video. Wir müssen wieder Backtracking machen. Wir werden sehen. So. Ja. Ja. Servus. Wir werden sehen. Wir machen. Wir brauchen eine gute Anzeige. Da war wieder der kleine Rudemann, den schon seit Anfang an stoppt. Oh, fun, fun, over the wall they goes. Hope you have a good excuse for running off, Scab. Emper's heart sank. Was erzählen wir den Fügeln? Die Wahrheit, oder Entschuldigung? Ah, da meine Wahrheit. Was sagen Sie passieren? See, das ist toll, mal wiedergüßt. Oh, yes, yes, tell the lies to the king. Und zurück zum Maltkönig. Schauen wir mal, ob er amused ist, oder nicht. We will see. Ember felt nervous standing before the king again. Frustrated, the forest king said, poor tired Ember. Where did you go? You must rest now. Ich möchte die anderen helfen. Ich gebe falsche Hoffnung. Triebe und schaue und schaue. Das ist alles, was es ist. Ember konnte fühlen, dass der vorste König direkt durch sie sehen kann. Das Ende, der noch mehr. Warum nicht stop? Let's go of this. You must stay. No mehr foolish hope. Last chance. Take key now. Make sure gates are locked. Let no more in. Let no more out. Schlüssel zum Kreuzungstor. Ember took the key. What choice did they have? Yeah, this really is your last chance. Don't betray the forest king again. So. The crossroads gate was locked. So, let's go ahead and take the key to the lock. And slowly began to turn it. Dieser kleine Vogel hier. Will unbedingt seine kleine Sekte hier. Will sich behalten, ne? Wahnsinn. Ich meine, es ist erst technisch, wenn man den Leuten erzählt, so, dass Hoffnung falsch ist. Eagerly Ember left the bird behind. Glad to be free. Die Höhle. Definitiv wieder Stein fürs backtracking. The traveller whispered. Used to be a river all round here. Watched the birds build the dam night and day. Took them forever. They had no clue what they were doing. It was hilarious. Ah, okay, wir haben ein Boot. It was an abandoned boat, sadly stranded in the mud. Wir haben die bewegliche Leiter. Das kann ja bloß heißen, dass wir hier irgendwo wieder Wasser reinpumpen müssen. Also müssen wir das hier erst mal fluchen. Ember was at the entrance to a dark cave. The smell of stale water oozed out. Like it had once been flooded. But now was bone dry. Knoten trotter. Der nächste Seine in der Ecke. Der Deich. Der Deich. Der Deich. Kann so ein Kribbes hier chillen an einfach. Oh, da haben wir wohl ein Schweineschiff hin. Es war ein gordischer Knoten, unmöglich zu enttieren. Ein gordischer Knoten. Ember brauchte etwas scharres, um es zu kümmern. Gibt es einen gordischen Knoten wirklich? Das müsste man jetzt alte See- und Pfadkinder wieder anfragen. Das ist schon der zweite Homie, der sich nicht helfen muss. Was hat es mit denen auf sich? Kann ich von hier mit dir quatschen, mein Freund? Schöne, die Knoten sagte, Schöne, es ist Ironclaw. Ironclaw? Schöne, das Krab ist der Terror auf der Marsch. Together wir können ihn, wir können ihn. Ich habe ein Plan, habe ich mich für jemanden zu helfen. Einige Hunde ist die andere. Try lowering the Krab over here, with the chum in that bucket. Hier, hierher. Wo ist bei dir hier? Ah, okay. Ach, und ihr seht nur den Eimer, wenn er vor ihm steht. Oder wie? Er dreht sich mit dem Rücken so rund. Okay. Und wenn ich ihn jetzt hierher schmeiße, wo dreht er sich dann hin? Nach rechts. Hier dreht er sich nach unten, warum? Ist das irgendein System? Er hat keine Augen in der Rückseite. Ich weiß, was ich spiele von mir will, aber... Ich bin mir noch nicht ganz im Clown darüber, wie ich es umsetzen kann. So, was machst du jetzt hier? Tja. Dann hat sie schon verloren, die gute Krabi. Das ist eine Wippe. Okay. Okay. Krab ist all yours. Ich habe nicht mehr planiert, als das. Look at that claw, though, friend. Could do some real damage. Und was ist die Krabbe so gewillt? Sie hält auch nicht ab, wenn ich es abstelle. Erst einmal ein Taugibuch-Eintrag holen. An der Seite war eine secret Diary-Entrie. Die Satchel ist fast bare, unsere Supplieren verholt. Der Gouriale-Koch. Er hat von uns auch schon sein E-Tüpfelchen für seine Brühe bekommen. Ach, der Knoten. Natürlich. Und da war's. Okay. Wir können hier hoch. Hier geht die Rutsche nach unten. Wir können uns hier hochziehen. Zum Tagebuch. Könnt ihr fast doch noch ein Achievement-Run werden hier. Wahnsinn. 100% all clear. Oh, das muss aber hier exakt auf dem Piktor sein. Also hier kommt's was raus. Okay. Das ist offiziell da. So zu wissen. Ich komme hier halbwegs hoch. Noch eine Etappe Tiefe. Nochmal ein Tagebuch. Also hier muss ich euch helfen. wir schauen uns mal hier hoch Teleporter... äh... Teleporter sag ich Aufzug Ich wollte nur noch etwas fixieren, um zu helfen, dass das Wasser wieder fließt. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was ich mache. Das ist wie ein Stück von dem Rohr, oder? Okay. Und das kann ich wahrscheinlich... Das ist nicht da so hoch. Kann ich wahrscheinlich drehen. Nein, ich kann hier bloß pumpen. Okay. Na dann. Ich schiere das Ding an. Okay. Feuer brennt. Können wir das jetzt drehen? Ich kann es aber auch nicht in den anderen Winkel nehmen, oder? Ach, ich kann es hier oben drehen. Ja, Kollege, das hat mich vielleicht eine Minute gekostet. Sie wollten mich hier anstellen, oder? Was klemmt noch das hier? Okay, ich brauche dich hier. Komm ich hier drauf. Ich nehme jetzt den Kameraden. Hat der den richtigen Winkel? Ja. Und den nochmal drehen, oder? Easy. Ich kann das glauben. Ja, ich kann das glauben. Ich hoffe, wir werden uns nicht in Probleme für das. Ich hab direkt gegen die Fläche gefordert. Ja, ich schätze den Schatten. Ichảo sie nicht mehr, ich mache. Ich weiß nicht, wie ich meine Sache ist. Was, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht immer, oder? Aber der Waldkönig hat uns eh schon auf dem Kieker, also von daher. Was soll uns jetzt noch passieren? Ob wir jetzt seine Maschinen reparieren und das Wasser wieder laufen lassen oder nicht? Ich glaube, das spielt gleich eine Rolle. Gleicher Dialog über ihn. Schauen wir mal, wie sich das alles verändert hat, jetzt wo das Wasser läuft. Mit allem flottert wieder. Ich habe mir gefragt, ob sie jetzt die Entrance der Kieker erreichen können. Die können wir jetzt praktisch zum Backtracking nehmen, weil es hier geflutet ist. Aber wo ist das Wasser? Hm. Haben wir eigentlich schon rausklampfen? Haben wir da noch? Ah, da war die Krabbe natürlich. 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 Die haben uns in Knoten abgeschnitten. Die konnte ich Krabbe vergessen. Ja. Freed from the mud, the boat looked inviting. Zurück bei der Höhle. Ja. Ja. Aber du siehst, dass jetzt Wasser wieder am Start ist, oder? Auffallen. Das nur ein bisschen. Ja, das kann man hier. Die Baten waren perfekt für Ember. Es fühlt sich wie sie auf den richtig Weg waren. Am Ende hatten wir den richtigen Weg, was die Eintrache war jetzt mal. Das war eine Holmandsuk-Länder. Die eintrache. Okay, was gibt's in der Höhle, mein Freund? Hier unten ist nichts mehr, oder? Irgendwas, was in das Spiel verheimlichen wird? Hier, paddelt und paddelt. Der kleine Mann hat richtig kräftige Armee, das muss man ihm lassen, oder? Okay, also auf dem Boot kann ich definitiv nur paddeln. Nix aktivieren, da nix, nur paddeln. Ich weiß nicht. Scheint kein Durchkommen zu sein. So, was kann ich mit dir machen? Eine Linse, Dunkelheit. Also, wo schlagen wir jetzt ein Loch in die Decke? Bonus. Hey, schätze, mal kurz. Es sieht nicht so aus, als würde es noch brauchen, oder? Wir borgen uns das mal kurz. So, Licht auf die Kugel, die Kugel wird reflektiert. Licht auf die Linse. Nichts passiert. Licht auf die Linse. Tür geht schon auf. Was war das Gatekeeper? Na ja, und wenn ich jetzt hier draufläufte und losmaß, was passiert? Oh, echt. Warum bist du jetzt zu? Also das eine Licht öffnet die Tür, das andere hebt die Plattform. Okay. Jetzt verstehe ich, was die Spiele kommen will. Das war vorhin einfach nur Zufall und ich bin so schnell praktisch übergeswitcht. Na gut. Wenn wir schon dabei sind und uns den Eintracht drücken, ja. Wassergültig nicht. Komm, komm, komm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir treffen auf Spinnen Ich würde mal sagen, wir sind ein gefundenes Fressen, gell? So, machen wir die Tür wieder auf Dann schauen wir mal, was die Spinnen so zu bieten Und los kleiner Mann, und los Kräftige Ruderarme Dembo hat einen anderen Unlit Campfire Schauen wir uns erstmal ein bisschen um hier Da haben wir schon ein Rätsel Hier geht's nicht weiter links Braut die aus sowieso noch nicht Rechte Seite Schon mal den Eindruck, das könnte man hier ausmachen Eieiei, so viel durchgehen Okay Dann legen wir erstmal an So Das Fass hier Funktioniert noch nicht Hier müssen wir ein Brett umschmeißen Okay Ich würde sagen, wir machen es gleich Und weiß ja nie für was es gut ist Und du? Okay Okay The Spindle was missing a handle So Ember couldn't turn it Na, hab keinen Griff mehr Lotussamen im Inventar Haben wir die etwa nicht dem Koch gegeben So Weiter Back Tracking Route A flower to mark their grave Na ja, gut, ob das jetzt so grab ist, sei der hingestellt, gell Ember had nothing to offer Ja, Ashanti und Masterplaster Aber der regress euch Und der gute alte Faustipp hinterher Ein gebrochener Widerstand Ein gebrochener Widerstand Okay Jetzt ein Rätselzeit, Leute Jetzt wird's ernst Also er bewegt sich An einer Kette aus Kann ich da drauf Kann ich da drauf Was ist ein Rätselzeit? Was ist noch ein Rätselzeit? Das war ein Rätselzeit? Wie ist noch ein Rätselzeit? Achter